Moment, so ist mein Handy, muss ich hier weglegen? Viele Besucher sind durstig. Scheiß drauf, dann lass sie durstig sein. Crocodile's Tropy im Dingsbumsteil da. Ey, hi Agent K. Und ich suche gerne meine... Bambus Action, das ist aber schön, das ist gerade nur Mut. Das ist ja toll. Guck mal hier, offen. Ich brauche noch mal eine Toilette hin, lieber. So auf Nummer sicher. Bisschen am Rand, hehehe. Ja, ja. Die Besucher haben Schwierigkeiten. Schieß mich tot. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich will den Weg. So. Dann hier nochmal so... Was gibt's denn hier noch so lustige Sachen? Krokodil-Dingensens-Bummensens-Teile. Auch sehr schön. Nur 13. ziehen das gut zu hören hat nur sie sich nicht mehr die sich nicht hat jetzt geht es um das ist das ist auslösen die sie sind 8 und 10 Prozent des Idr. die Mokko so müssen wir wieder ein normales Tempo Kroktik 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 so es gibt sie noch so Kokosnuss Drinks. Oh wie dumm ähm es gibt sie noch so große Schicksal die Weltraum schenkt passt alles nicht aber egal ich hab gelesen dass man es auch so machen kann Moment ich muss kurz hier ein Hähnchen raus dass man das mit Y machen kann oh ja cool das geht auch mit Y geht's mit Y geht's besser mit Y sind wir stark das ist doch alles schon mal ganz schön so hier und dann noch da wollen wir hier nochmal so ein paar sanfte Fahrten hin oh cool ein Geisterhaus das werden bestimmt die meisten Leute auch mögen m dödödödööi dödööö dödöö na na Miau, miau, miau. Kann man da rauf gehen? Nein, doch. Das muss doch so gekippt sein. Ich hoffe, wusst. Ich hab's gewusst. Weshalb hab ich bloß gewusst? Ach so, gut. Das ist das Ding hier, ne? So. Ach man, wie machen wir das denn? Toll, kann man jetzt nicht... Na, hoffentlich geht das so. Moment. Genau, dann hier ein hoch. Hm, anscheinend soll es ja so gehen. Dann werden wir es mal hoffen. Ich weiß es nicht. Hm, 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 hm. Dann werden wir hoffen. Ach nee, das sagte ich schon. Oh Mann, bin ich blöd. Was war das? Ach, das ist ein Wasserbahn. Aufregende Fahrten. Chaos. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Sie zieht das Segel? Aha, nein, Scherz. Ähm. Wiege, so. Da, klasse, so. Klasse, super, klasse. Machen wir hier so'n Ding. Schwupp, 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 schwupp. Ich tue alles schon ganz in Ordnung aus. Genau. Wir müssen mal kurz vorspielen. Die Nacht vorspielen. Nein, es wird immer weniger Besucher. Es werden uns ja mehr Besucher. 801. Beste Toiletten. Tja, das bin ich. Ich hab nur gute Toiletten. Ach, da ist noch ein Chaos. Das ist ja lustig. Zwei Chaos nebeneinander. Äh, ja. Das wusste ich jetzt echt nicht mehr, dass ich zwei Chaos nebeneinander hatte. Ja. Irgendwie ist diese Offenung voll LW. So richtig LW. Aber irgendwie macht Rollercoaster Let's Plane auch keinen Spaß mehr. Irgendwie macht das einfach keinen Bock. Kaffee nochmal auf hier. Da denke ich gleich an Calvin Lilol. Was ist das für Kacke? Warum steht der Kaffee dann so weit oben? Löschen. Natürlich löschen. Ja, löschen. Du Ding, Starbund, Starbund. Warum ist der auch so weit oben? Kann ja wohl nicht angehen. Was machen die, wenn die fertig sind? Wenn die hier rauskommen? Kommen die dann so Ding und gehen hier raus? Da ist mich gespannt. Wie die das regeln. Weil wetten die kommen hier nicht runter? He, weee. Doch, die kommen runter. Das gut. So. Das ist ja schön, dass die hier runterkommen. Und mit diesem Fleckchen von dem Park mit diesem Fetzelchen beende ich auch wieder diese Aufnahme, weil naja ähm war halt nur so ein kleines eine kleine Aufnahme heute. Richtig mini. Naja bei euch wird sie wahrscheinlich etwas länger sein. Und hallo und herzlich willkommen zu meinem Display von ich mach jetzt endlich mal Schluss. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.